Hallo, ich bin Dirk und das ist Pasha. Es ist kurz vor Silvester, draußen wird geböllert und wir wollen heute einen Motor mit einem Mikrocontroller ansteuern. Das ist so eines dieser Experimente, die in solchen Arduino oder ESP32 Starter Kits drin sind. Die gibt es von vielen verschiedenen Anbietern und wenn man in die Mikrocontroller-Programmierung einsteigen will, ist das eigentlich ein guter Startpunkt. Denn in diesen Baukästen sind solche Projekte üblicherweise ganz gut beschrieben. Aber so ein Motor ist da halt nur eines von drei Dutzend Experimenten. Ich möchte mir das hier deshalb mal etwas genauer anschauen. Bei so einer Schaltung gibt es drei Aspekte. Da ist zunächst mal der Motor selbst, der Energie bekommen muss, damit er sich bewegt. Dafür braucht es besondere Elektronik, denn für einen Mikrocontroller sind das viel zu hohe Stromstärken und oft auch Spannungen. Das werden wir uns als erstes anschauen. Und zwar ganz ohne Mikrocontroller. Wie man den dann anschließt, ist der nächste Punkt. Und dann schauen wir uns natürlich auch noch die Programmierung von dem Ding an. Aber bis dahin ist noch ein wenig Weg. Fangen wir also mit dem Motor an. So einen Gleichstrommotor anzusteuern ist eigentlich sehr einfach. Plus und Minus der Quelle an die beiden Anschlüsse des Motors und schon dreht er sich. Die beiden Kabel andersrum an die Stromquelle und der Motor dreht sich in die andere Richtung. Ich stecke jetzt die beiden Motoranschlüsse hier auf das Steckbrett. Wer mit so etwas noch nie gearbeitet hat, jeweils die fünf Pins oberhalb und unterhalb der Mitte sind miteinander verbunden. Damit kann ich jetzt einfach zwei verschiedenfarbige LEDs parallel zum Motor schalten. Erst die rote, dann die blaue LED, dann noch einen 10 Kiloohm Vorwiderstand und schon kann ich die Stromrichtung optisch nachvollziehen. In diese Richtung leuchtet rot und wenn ich die Polarität tausche, leuchtet die blaue LED. Kabel stecken ist für den Anfang schön und gut. Aber wenn wir das Ganze elektronisch ansteuern wollen, brauchen wir einen festeren Aufbau. Und glücklicherweise gibt es da eine sehr einfache Idee. Man braucht dafür nur vier einzelne Schalter. Ich ziehe die beiden Anschlüsse des Motors zunächst auf die freie Fläche des Steckbretts. Dann ordne ich die vier Taster im Rechteck darum herum an. So wie ich sie hier aufbaue, schalten sie zwischen ihrer linken und rechten Seite. Ich verbinde die Taster jeweils mit Masse und Spannung erst links, dann rechts und dann jeweils mit den beiden Anschlüssen des Motors. Wenn ich jetzt die jeweils diagonal gegenüberliegenden Taster gleichzeitig betätige, kann ich den Motor in beide Richtungen betreiben. Die LEDs zeigen ebenfalls, wie sich die Stromrichtung ändert, je nachdem welches Tasterpärchen gedrückt wird. Diese Anordnung zeigt die Grundidee einer sogenannten H-Brücke. Der Name kommt von der Anordnung der vier schaltenden Bauteile und der Last in der Mitte, die zusammen ein großes H bilden. Nun ist das Drücken von Tastern nicht unser Ziel. Wir wollen die Schalter an diesen Stellen elektronisch ansteuern, und zwar so, dass das mit den Strömen und Spannungen eines Mikrocontrollers funktioniert. Und wer jetzt an Transistoren denkt, der liegt richtig. Man kann die Schalter durch Transistoren ersetzen und dann geeignet ansteuern. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten und einiges zu beachten, aber weil es mir darum hier jetzt gar nicht geht, lasse ich diese technischen Details mal aus und verweise auf einige hervorragende Erklärvideos, die ich hier und in der Beschreibung verlinke. Wir verwenden stattdessen eine fertige Lösung. Den L293D. Das ist ein Standard-IC zur Ansteuerung von kleinen Motoren. Es ist auf vielen Motortreibern verbaut, die man für Mikrocontrollerprojekte kaufen kann und man kann mit so einem L293D zwei Gleichstrommotoren komplett unabhängig voneinander ansteuern. Es gibt auch noch ein paar andere Beschaltungsmöglichkeiten, aber auch darum soll es heute nicht gehen. Schauen wir uns zunächst hier im Schaltbild an, was genau passiert. In der Mitte ist der L293D schematisch dargestellt. Achtung, die Pins sind hier entsprechend ihrer Funktionen angeordnet und nicht in der Reihenfolge, die sie am Gehäuse haben. Das IC hat zwei Spannungseingänge, einen für den Logikteil und einen für den Motor. Wir beschalten hier beide mit 5 Volt, der Motor könnte aber auch mit erheblich höherer Spannung bis zu 36 Volt betrieben werden. Von den vier Massepins reicht es, nur einen zu beschalten. Die Masse wird beim L293D auch zur Wärmeabfuhr benutzt. Bei unserem kleinen Motor ist das aber kein nennenswertes Problem. Rechts im Schaltbild ist der Motor mit den Richtungs-LEDs. Beachtet, dass der Motor an keiner Stelle direkt mit Spannung oder Masse verbunden ist, sondern beide Anschlüsse an die Ausgabe-Pins des IC angeschlossen werden. Das ist wie bei der H-Brücke mit den Tastern eben, da ist zwischen Stromquelle und Motor ja auch auf beiden Seiten ein Taster und kein direkter Anschluss. Bauen wir diesen Teil zunächst mal auf. Das IC kommt hier auf das Steckbrett, dann kommen die beiden Spannungsanschlüsse und die Masse und dann der Motor mit den LEDs. Es mag etwas unübersichtlich wirken, aber der Schaltplan zeigt ja, was passiert. Jetzt müssen wir die Eingänge beschalten. Kehren wir noch mal zum Schaltplan zurück. Der L293D hat für jeden Motor drei Eingänge. Einmal ein generelles Einschaltsignal und dann jeweils einen Steuereingang für die linke und die rechte Seite der Brücke. Je nachdem, ob der Steuereingang High- oder Low-Pegel hat, also an Plus oder an Minus liegt, wird der entsprechende Pol des Motors entweder an die Versorgungsspannung oder an Masse geschaltet. Und hier muss man jetzt aufpassen. Damit das IC sich korrekt und vorhersagbar verhält, müssen die Eingänge immer einen eindeutigen Pegel haben. Wenn man jetzt einfach die Eingänge über den Taster an Plus verbindet und sonst nichts macht, wäre dies bei offenen Schaltern nicht der Fall. Der Eingang wäre dann mit gar nichts verbunden und das ist schlecht. Deshalb kommt an jeden Eingang noch ein 10-Kiloohm-Widerstand gegen Masse. Wenn der Taster offen ist, zieht dieser Widerstand den Eingang auf Massepotenzial. Deshalb nennt man ihn auch Pull-Down-Widerstand. Wenn der Schalter geschlossen wird, ist der Eingang direkt mit dem Pluspol verbunden. Über den Widerstand fließt jetzt zwar auch noch ein kleiner Strom, aber der liegt bei einigen 100 µA und ist damit angesichts des Motors absolut vernachlässigbar. Auf dem Steckbrett führe ich die drei Eingangspins des ICs zunächst hier auf die Seite. Enable kommt dabei ganz nach links in blau. Die beiden Steuereingänge sind orange und gelb. Dann kommen die Pull-Down-Widerstände gegen Masse. Jetzt die drei Taster und die Verbindungen zum Pluspol. Damit sind alle Ein- und Ausgänge beschaltet und wir können mit den Tastern den Motor in die eine oder die andere Richtung laufen lassen. Und die Taster arbeiten jetzt mit Eingangspegeln und Strom stärken, die Mikrocontroller an ihren Ausgängen problemlos liefern können. Damit hätten wir den ersten Teil betrachtet, die Ansteuerelektronik. Jetzt kommt endlich der Mikrocontroller ins Spiel. Er ersetzt die Taster und wird stattdessen an die Steuereingänge des L293D angeschlossen. Wir verwenden hier ein Arduino-kompatibles Modul mit einem AT-Mega2560 Mikrocontroller. Das Vorgehen ist aber bei all diesen Kontrollern sehr ähnlich. Die gängigen Mikrocontroller zeichnen sich durch universelle Anschlüsse aus, die wahlweise als Ein- oder Ausgang genutzt werden können. Gerade der AT-Mega2560, der auf dem Arduino-Modul verbaut ist, das wir hier verwenden, bringt sehr viele solcher General Purpose Input Output oder kurz GPIO-Pins mit. Für unser kleines Projekt brauchen wir davon aber gar nicht viele. Drei Taster werden letztendlich durch drei solcher GPIO-Pins ersetzt. Und jetzt erkennen wir vieles wieder. Der L293D und der Motor bleiben genauso verschaltet wie eben. Bloß die drei Taster werden durch drei GPIO-Ausgänge ersetzt, die programmgesteuert High- oder Low-Pegel ausgeben können. In unserem Schaltplan sehen wir auch wieder die Pull-Down-Widerstände an den drei Datenleitungen vor. Damit verhindern wir, dass während der Initialisierungsphase des Mikrocontrollers undefinierte Signale an den Eingängen des L293D anliegen und der Motor dann zuckt. An Ausgangsleitungen muss man solche Widerstände immer extern anschließen. Mikrocontroller haben zwar häufig auch interne Pull-Widerstände, aber die müssen erstmal durch die Programmierung eingeschaltet werden. Und es geht ja genau um die Zeit zwischen Strom an und Mikrocontroller ist fertig initialisiert. Wir müssen noch ein Wort darüber verlieren, wie wir dem Mikrocontroller sagen, was wir von ihm wollen, also wie wir die Eingabe gestalten. Wir verwenden dazu einen kleinen Joystick. Der hat auf zwei Achsen zwei veränderliche Widerstände, sogenannte Potentiometer. Diese haben zwei feste Anschlüsse, an denen verschiedene Spannungen anliegen und einen Abgreifer in der Mitte. Der kann nun zu jedem Ende bewegt werden und liefert jeweils im Verhältnis einen Wert zwischen den beiden anliegenden Spannungen. Ist der Abgreifer genau in der Mitte, also der Joystick in Ruheposition, dann liegt auch ziemlich genau die mittlere Spannung zwischen den beiden festen Anschlüssen an. In unserem Fall sind die Potentiometer zwischen Versorgungsspannung und Masse gelegt. Damit überstreichen die veränderlichen Ausgänge der beiden Achsen den gesamten Spannungsbereich zwischen 0 Volt und der Versorgungsspannung. Mit diesem Signal gehen wir nun an einen Analogpin des AT-Mega. Diese Analogpins lassen sich als Analog-Digital-Converter programmieren, dann wandeln sie den anliegenden Spannungswert in einen diskreten Zahlwert um. 0 Volt ist 0 und die Versorgungsspannung von 5 Volt hat den Wert 1024. Die Neutralposition ist also nahe bei der Zahl in der Mitte 512. Damit sind wir hardwareseitig fertig. Aber so ein Mikrocontroller macht ja nichts Sinnvolles, wenn man ihm nicht sagt, was er tun soll. Deshalb werfen wir jetzt einen Blick auf das Programm, das Joystick-Bedienungen in eine Motoransteuerung umsetzt. Dieses Ansteuerprogramm ist für dieses Video sehr einfach gehalten. Es besteht aus vier kurzen Teilen. Im ersten Teil definieren wir die Ein- und Ausgabepins. Zunächst die beiden Analogpins für den Joystick, dann die drei Pins für den L293D. Richtung A an Pin 10, Richtung B an Pin 11 und das Enable-Signal an Pin 12. Das sind hier aber alles nur Definitionen, damit wir im Folgenden die Pin-Namen anstelle der Zahlen hinschreiben können. Im zweiten Teil, der Setup-Funktion, konfigurieren wir den Mikrocontroller. Die Joystick-Pins sind standardmäßig Analog-Digitalwandler-Eingänge, wie wir sie benötigen. Da müssen wir nichts ändern. Aber die drei Ausgabepins müssen explizit als solche eingestellt werden. Das macht die Pin-Mode-Methode, die in der Arduino-Library definiert ist. Im dritten Teil definieren wir jetzt die vier Methoden zur Motoransteuerung. Mit den beiden Methoden Direction A und B werden die Richtungssignale angesteuert. Dabei wird jeweils eines der Signale auf High und das andere auf Low-Pegel gezogen. Dies sind die einzigen Kombinationen, die Sinn ergeben. Beide Signale Low oder beide High bedeutet, dass der Motor sich nicht bewegt. Das erreichen wir aber auch über das Enable-Signal. Eben dieses schalten wir mit der Start-Motor-Methode ein und mit Stop-Motor wieder aus, indem das Enable-Signal auf High oder Low gesetzt wird. Im vierten Teil verschalten wir das Ganze dann. Die Loop-Funktion hat zwei ähnlich aufgebaute Teile. Im ersten wird die X-Achse des Joysticks abgefragt. Wir erinnern uns, in der Mitte ist der Wert etwa 512, links ist der 0, rechts 1024. Wir fragen nur zwei Grenzen ab. Alles unter 300 ist Richtung A und die entsprechende Methode für die Richtungssignale wird aufgerufen. Ein Wert über 700 schaltet genau auf dieselbe Weise auf Richtung B um. Dazwischen, also wenn der Joystick in der Nähe der Mittelposition ist, passiert gar nichts und damit für die eingestellte Richtung nicht geändert. Auf dieselbe Weise wird darunter die Joystick-Y-Achse ausgewertet. Stick nach oben startet den Motor, Stick nach unten stoppt ihn. Auch hier keine Änderung, wenn der Joystick sich in der Mittelposition befindet. Die Loop-Funktion ruft der Mikrocontroller immer wieder auf, sobald sie durchgelaufen ist. Deshalb ist am Ende eine Pause von 500 Millisekunden, also einer halben Sekunde eingebaut. Die ganzen Joystick-Prüfungen und gegebenenfalls Ausgangsänderungen finden also etwa zweimal pro Sekunde statt. Und das ist das ganze Programm. Damit kann man den Motor jetzt per Joystick und Mikrocontroller ansteuern. Holen wir also den Arduino Mega ins Bild. Das Programm haben wir bereits aufgespielt und der Joystick ist auch schon verkabelt. Das sind die vier Anschlüsse unten. Es fehlt noch die Stromversorgung und natürlich die drei Anschlüsse zur Motoransteuerung. Jetzt holen wir den Joystick ins Bild und schalten die Stromversorgung ein. Joystick aufwärts schaltet jetzt das Enable-Signal ein, aber wir haben noch keine Richtung gewählt. Erst wenn wir das auch machen, schaltet der Mikrocontroller das entsprechende Signal ein und der Motor läuft los. Joystick nach unten, schaltet Enable wieder aus, der Motor hält an. Wieder einschalten und dann Richtungswechsel. Und nochmal. Man sieht, wenn der Joystick in Ruhelage ist, bleibt die aktuelle Ansteuerung einfach erhalten. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ganz schön lang, aber wir haben auch einiges geschafft. Wir haben ganz grundsätzlich gesehen, wie ein Gleichstrommotor angetrieben wird, mit Gleichstrom. Dann, wie man die Richtung wechselt, indem man die Polarität ändert. Wir haben die H-Brücke kennengelernt und den integrierten Schaltkreis L293D, der so eine H-Brücke enthält. Daran konnten wir einen Arduino Mega-Mikrocontroller anschließen und schließlich mit einem kleinen Joystick Motordrehung und Richtung einstellen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Aber es gibt da noch ein paar Ergänzungen und zusätzliche Ideen rund um dieses Thema, die dann Inhalt eines Folgevideos sein werden. Für den Moment sage ich bis dahin und danke fürs Zuschauen. Und wer da jetzt an runtergefallene Transistoren denkt, der liegt richtig. Wir schauen nochmal.